hey und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge journey to the savage planet mit dabei wie immer unser will ich werde von infizierten gejagt wir erkunden immer noch beide einzelne unsere gebiete grad und ja genau guckt bei uns beiden rein jeder hat so seine eigene sicht und seinen eigenen weg den er gerade macht oh verdammt ich komme nicht weiter oh Wir fliegen seit langsam nervig, nur damit ihr das wisst. Yo, was rastet der Sound hier so aus? Keine Ahnung, ich war wieder beim Kämpfen. Vielleicht lag es wieder daran. Wie gesagt, ich glaube der Sound rastet immer dann aus, wenn wir im Kampf sind. Kann sein. Ich muss jetzt erstmal wieder so eine Klettersamen finden. Ich möchte nicht weiterkommen sonst. Klettersamen? Ne. Klebesamen? Greifsam. Genau die, die ich brauche. Ah ok, da komm ich zum Alien, alle Leute. Oh, nicht hoch genug gesprungen. Autsch. Danke Spiel. Danke Spiel für nix. Ich hab auch gerade gedacht. Ich will mich aber gerade noch so halten, weil ich das permanent gespammt jetzt habe. Boah ey. Oh fuck. Und cool. Boah, aiming des Grauens. Jetzt schon. Oh, ich hab's hoch geschafft. Es ist noch nicht offen. Jetzt aber. Geht da einen älteren Legierungen mehr? Oh no. No? No. Uh? No. Oh. So, ich brauch mich Vielleicht hab ich den Weg noch hoch Ach, come on Wieder nur Schleim Aber besser als ganz Schleim Also bei mir gehts hier nun so mehr weiter Aber ich finde hier vielleicht keine Wege mehr Ich laufe hier nur so ein bisschen rum Danke Spiel Also doch einen Stelle hab ich noch gefunden Wo es versteckt ist Aber nichts wo jetzt ein weiter Weg wäre Ja, fick dich doch ans Kino drum Das scheiß Spiel Manchmal kannst du springen wie du willst Das bringt dir immer Aber du fühlst nix Noch mehr orangischer Schleim Hab ich gefunden Und noch mehr Silizium DELICION Das klarspiel Ja, werf da einfach weg Ja, ich geh mal kurz zurück zum Schiff Ich kann ein Upgrade kraften? Na Mensch Alter Ja, wir haben richtig viele Upgrades jetzt Echt? Ja Oh man, Spiel Stufe aufgestiegen Also ein Rang Rang 2 Feldforscher Ja Ey, das Spiel will gar bei mir nicht springen So So Wir machen jetzt mehr Schaden Und vieles andere Wir haben jetzt größere Explosionen und stärkere Explosionen Ja Fick dich doch ans Kino dummer Scheißvogel Hey, wir haben jetzt einen Triple Jump Upgrade complete Willi Ja Cool Vielleicht bringt dir das was Ja, es geht ja eigentlich, aber der springt halt manchmal einfach nicht Upgrade synthesized Wir haben jetzt zeigt bei Erfassung den Standort von nicht gesammelten Orangischen Schleim an Wenn du R3 drückst Okay Also mit R3 diese Feldding Wenn du irgendwo in der Nähe bist und das drückst dann Ah, du bist neben mir Nein Mhm Und wir haben neue Nachrichten Und das haben wir auch Eine neue Karte haben wir nicht, aber neue Nachrichten Okay Seien sie noch heute schuldenfrei Haben sie mit herausfordernden des Alters zu kämpfen gehören zu den 100 von Millionen Erdenbürgern die von der Last der Menschen schulden erdrückt werden und verzeiht auf eine Chance hoffen die dringend benötigte Finanzielle Hilfe zu erhalten Korb-Technologie Korb-Technologie Kann ihnen helfen indem sie Korb-Technologie und einen stolzen Mitglied der Go-Averse Gruppe einfach aus voller rechtlichen Eigentümer an ihrem Gehirn gewähren können sie ihr bestehende Schulden sofort um die Hälfte reduzieren und dieser risikofrein Ein Vereinbarung gewähren ihnen Korb-Technologie großzügig die erweitern Nutzung ihres Gehirns für den Rest ihres Lebens bis sie ein Mediziner sie endgültig für tot erklärt hat Also worauf warten sie Antworten sie auf diese E-Mail dann wird sich die Mitarbeiter bei ihnen melden Haftungszuschluss der Mediziner Wer für die Feststellung ihres Todes ausgewählt wird nach Ermessen von Medico einem stolzen Mitglied der Go-Averse Gruppe ausgewählt sie erklären Sich damit einverstanden Global Film einem stolzen Mitglied der Go-Averse Gruppe Alle Firmen und Filmrechte im Zusammensetzung mit ihren Gedanken Gefühlen Ideen und Träumen zu übertragen Und möchtest du richtiges Geld verdienen? Geld, Cash, der allmächtige Dollar, magst du Geld? Natürlich tust du das Willst du mehr Geld? Natürlich tust du das Sei wie ich, sei reich, wie? Ganz einfach Halt dich an das Vermögenssystem von Chip Richman Zücke deine Briefwaffe, kaufe mein unglaublich neues Buch Sei einfach reich anstatt arm zu sein Sei einfach, ist das in diesem 113-seitigen Meisterwerk steckt eine Unmenge wertvoller, gewinnbringender Informationen Allein schon die Kapitelüberschriften visualisieren Warte wir die, noch nicht Äh Visualisieren Vorstellen, Aktualisieren, Profitieren Zertifizieren, Reichtum Ich vertraue nur auf Geld Wecke deinen inneren Geldgenie Grabe mich mit meiner Kohle Steuerlücken, opportunistische Kredite Strategischer Bankrott und du Nur Geld ist gut, stoff das Loch in meinem Herz mit Gold Und dann haben wir beim Alien noch eine neue Übertragung Und die ein Arsch schon? Kapseln Okay Fertig Kannst Lieferungen verfolgen Lieferungen verfolgen Hey, guck mal Warte Man kann jetzt beide Schubdüsen nutzen um hoch zu springen, man fliegt jetzt noch höher Mit dem Viereck Jump Noch nichts, ich wollte mir nur das Schiff mal angucken Achso Können wir ja mehr zum anderen Ort, oder? Ja Äh, ja Es gibt ja nur noch eine, wo wir eine Mission haben Pilze oder was? Ja, bei dir Da muss es jetzt so Alterner Abgrund Es gibt zwei unbekannte Sachen auf jeden Fall Also so eine geheimen Sachen Du hast ja oben die Markierung, die zeigt dir an wo du hin musst Immer noch Boah Ich hab zumindest nichts gesehen, also Na komm schon, Ladebildschirm Ach Gott ey Genau Genau Wenn du jetzt mal oben lang guckst Dann gibt es nur einen Teil, was da angezeigt wird, wo du lang musst guck Und du hast hier irgendwo ein nahes Geheimnis, gleich beim Teleporter Hm, das meinte ich nämlich Und irgendwo, hier ist noch glaube ich eins Ich schätze mal, es wird hier oben auf dem Pit sein Hups Soll ich da ne Ding zum geworfen Ich brauch erstmal neue Explosionsbomben Ja Na, danke Spiel Irgendwie in die Richtung muss man Genau, jetzt bin ich auch beim nahen Geheimnis Hier bei der Hier in die Richtung müssen wir Ja Hier, wo ich bin, ist auch ein nahes Geheimnis Bei mir auch Vielleicht die Höhle hier Ja meistens in der Höhle oder so soll es drin sein Hier fallen diese Tomaten wieder vom Himmel Ja, da musst du da bestimmt lang Ich brauch wieder so einen Schuriken Ich brauch wieder so einen Schuriken Ja Kurz warten, bis es euch ausgeforzt hat Hier wieder Ah, hier ist ne Höhle Hab wieder einen Dreistabstand gefunden Hm Und bei mir Hier war auch ne kleine Höhle, die einfach nur hinterm Pilz versteckt war Nice Ah, und hier brauchst du den Jet Twaster nämlich Wurde ja sogar angezeigt Achso, ne, das ist ja so eine Dingsbahn Au Dumme Scheiß Tomate Ist dir eine auf den Kopf geflogen? Ja, die ist genau da, wo man so ein Ding hinwerfen muss Genau in dem Moment fällt die auch runter Ey, ich bin nämlich die große Baum Wo so eine Nuss ist Rätselhafte Tafel Rätselhafte Tafel Mal von diesem Gebilde Okay Gucken wir mal hin Autsch Ah, spring nicht hochspiel Denk gar nicht dran Was muss man hier tun? In dem Baum Mit den komischen Riesennüssen, die man rausziehen kann Ich hab keine Ahnung Ich glaub dafür brauchen wir diese, äh, Dingsgranaten Damit wir auch den Dings weg machen können Warte ich komme? Bin ja gleich da Ne, äh, nicht die Extrusion, sondern die, äh, Säuregranaten Die können wir noch nicht benutzen Wir können nur für kurze Sekunden nehmen Ne, ich glaub nicht, dass wir reichen Guck einfach weiter bei dir Wegen dem Namen Geheimnis Habe ich schon, ich hab's geschafft gerade Gut Ich hab so ein Gebilde gefunden Mit einem Videosignal drauf Ah, okay, hier Muss man, äh, hoch springen mit dem Jetfaster und ein Jumppad Beim Teleporter Da ist ein Geheimnis Weil hier ist so eine Tafel mit Namen Geheimnis Also, äh, mit Jetfaster benutzen Hier hoch Ah, ja, ich hab die Höhle gefunden hier Ah Oh Oh Ich hab da gesprüngt Ah, nochmal ein Tank Noch mehr Treibstoff So Hier hab ich das Nahgeheimnis dann auch gefunden Wir haben eh das Spiel erst Hi Hey, guck mal Hier, diese Tafel hier Diese Steintafel Mhm Das heißt immer, dass du den Jetfaster benutzen musst Also dieses, wo du so einen hoch, richtigen, hohen Sprung bekommst Und so kommt man auch hier hinten weiter Und so kommt man auch hier hinten weiter Ich hab den Weg nämlich gefunden Wenn wir gesucht haben Oh Mann Hier Ups Weiter Äh Hier Willi Bist du hier? Ich komme gerade, ich musste nur ganz kurz mit meinem Leben holen Ach so hier guck hier hier schluss hier 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 gehts weiter nämlich ist das hier wie ein komisches teil hier das ist das was ich meine mit der schiene das war wo wir uns da sei er gehabt gewählt haben muss es einmal ranziehen und dann zieht ich guck mich mal kurz hier unten um was hier ja hier ist eine kleine höhle nämlich gott mit mehr orange und schleim naja ich kann mir auch gerade hier und hier ist auch kohlenstoff und aluminium ach da bist du bist du der langweine aus dem schweiß ich habe mich gerade gewöhnt hat warum ist da oben eine kette und warum kommt wieder gerade mir entgegen die kette hat mich einfach wohin geschossen und gerade einfach abgestürzt was war eigentlich bei deiner richtung lang bei der kette so ein schleim halt ja ja und silizium halt also war es auch einfach nur wieder um mehr schleim zu bekommen dann wird das bei mir hier im land gehen ja hier lang habe eine kiste gefunden wieder wo wieder sachen scannen müssen für da oben geht es ja auch noch lang wie kommt man denn da oben hin bitte schön bei mir ist wieder das wo wir so eine zeichen scannen müssen 1 habe ich schon mal nein was machst du spiel spiel ich bin gerade auf der suche nach den teilen 1 habe ich schon gefunden ich glaube hier kriege ich das zweite hin zweite habe ich jetzt auch ich glaube du musst die wutschbahn nach oben gehen um das viel zu finden habe ich gefunden da muss ja ein teleporter gefunden das letzte zeichen gescannt hast wird nämlich die truie und aufgehen ich muss mal auch gott hier ist irgendwas ich hochkommen bisher noch nicht ich weiß nicht was hier ist es hat die sache ich komme einfach mal also fliegen nur ich konnte nämlich nicht sehen was ist die bahn ist super cool einfach ja wo ist das letzte zum scannen du hast das zeichen gescannt ich gucke gerade ja aber ich muss von hoch wo es ist unter dem bernstein da unten das könnte auch oh mein gott was denn hier ist eine riesenflieger das ist der monster fliege das gottse leiter was ist auch geschießen ich gehe nach links willi du nach rechts ja ok jetzt ist da unten 1 siehst du ja mal wo es leuchtet ja ja ich bin gerade überfordert wo das ding jetzt hier wieder leuchtet ich suche es auch gerade oder sehe ich einfach nur nicht ach da ist die ah stimmt ich sehe es gerade müsste ein neuer aufploppen wahrscheinlich äh äh mit der säure bestimmt ja jetzt musst du mal säure granaten in die löcher reinwerfen dann kannst du erst drauf schießen bei mir ist ein offenes loch ja schieß drauf ok hier ist ein offenes hier ist eins das zu ist und da unten ist noch eins die frage wo es letzte ist da unten äh granate neuer löcher neuer löcher oh ja ja hier ist wir so im keckel ja da musst du eine säure granate raufwerfen erst ja ich bin gerade abgestürzt alles gut ouch hast du das loch abgeschossen was ich freigemacht habe ja hm zum glück haben wir jetzt triple jump und alles macht es leichter ja wäre schon echt nervig ohne ja er macht es so ein bisschen leichter oh muss ein bisschen höher werfen obo muss noch welche sein ich habe bei mir jetzt ja hier oben ist hier noch auf jeden fall ja ich sehe hier bei mir auch noch eins rams ins auge oh jetzt können wir das essen oder keine ahnung du hast die pilze gar nicht gescannt gehabt fällt mir grad auf welche pilze äh die die immer weggebrochen sind die könnte man scannen achso ja wusste ich nicht dass man die scannen kann weißt doch hier kann man alles scannen gefühlt ja und was hat uns das jetzt gebracht achso hier unten geht es weiter hier unten ist jetzt ein dort wo wir lang können ja müssen wir ein paar früchte gönnen so ja wir brauchen ja erstmal dass wir giftgranaten benutzen können ja müssen wir ein paar früchte gönnen ja ich schätze mal das werden wir hier hinten hinter bekommen ja jetzt können wir dann giftgranaten halten mal säuregranaten nicht gibt's granaten hm guck mal hier ist noch ein teleporter äh du kannst ja teleportieren wir uns jetzt gleichzeitig ja aber ja landen wir jetzt im neuen gebiet oder was scheinbar scheinbar das ist eine gute frage also stand irgendwas mit Turm stand da ja scheinbar landen wir jetzt schon wieder im neuen gebiet also schon wieder wir haben ja auch echt lange das andere jetzt schon erkundet das stimmt aber wir müssen eh noch weiß ich wie viel zeug finden wir müssen ja die ganzen Tanks finden die ganzen Schleime finden ja vom Prinzip ja alles alles einfach alles alles finden alles töten alles scannen alles pieksen alles bumsen ne das eh nicht aber ja ok gehen wir mal äh noch nicht raus erstmal zurück oder auch nicht die geht schon raus äh juckende Dingsbums äh ne genau ja ich mach grad unser upgrade mit den bomben bomben ah ich habe ein enormes ein enormes ich habe die kartografer noch mehr info aber es gibt mir die heebiejeebies also der reizt hat sehr viele teleporter uns fehlt auch ein teleporter bei der lande zu beim landeplatz fällt mir grad auf echt ja guck mal muss mal rauf gehen auf teleporter und beim landeplatz gucken ja stimmt einer ist unentdeckt ok aber das war's erstmal für heute na wir sehen uns beim nächsten mal auf wiedersehen und tschau 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 tschau